Krippi so kommen die Hochkeitskürzungen Prozent es ist es noch nicht wenn ich bin geschlachtet der ich habe ein Bogen, ich werde ihn nutzen steck dir gleich mein Schwert an den Arsch da oben ist ein Creeper Bogen Bogen Böhm 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 und noch ein Bogen yeah Creeper geschlachtet mit Bogen yeah ja fällt ja gut an wir schlachten ja einfach mal ein paar Tierchen haben wir nichts besser zu tun also haben wir wirklich nicht ich weiß man kann den Nachteil nicht so viel machen ja außer Tierchen schlagen ich habe gleich genug Gunpowder ich habe glaube ich sogar schon genug Gunpowder für einen Block TNC wie viel braucht man dafür ich glaube 6 oder so ich weiß nicht oder 4 6 ok das wären wir gerade doch ein paar 2 Creepies 3 Creepies 3 Creepies ich finde es blöd dass ich die Items jetzt wenn sie droppen automatisch stecken einfach bin ich ein Heldiger wow ich habe es gehört what I'm still alive öhh was ist das denn hier ist eine Höhle mit Wasser unglaublich was hattest du das für eine Höhle da kommt dein oh die Höhle ist ja eh die ist groß oh es ist ja eh eh hier ist auch ne Höhle mit Wasser wird helfen also ich habe 7 Gunpowder also Schwarz Pulver ich habe auch 7 Gunpowder jo jetzt ist nur ne Höhle und nen Creeper und ne Witch also ne Bitch du redest mal nicht über meine Mutter nee der Kas 불�el ist nicht erwartet ich hab kein Schwert mehr Klopp ist gerade auf ne Witch und ne Creeper Yo die Witch hat einfach den Creeper angegriffen Läuft Die Creepern nimmt Schaden Cool Ich hol Kürbisse Ich hör Kürbisse Ich hole Kürbisse Achso Hören klingt nicht so gesund so Allgemein Ich glaub ich verreck jetzt gleich aber mach dir nix Nein Oh ne ich lebe noch warum verrückt man nicht von einer Witch Wenn man diesen Damage Potion Effekte hat Weil's ne Bitch ist Hast du mir auch zuerst denn ich hab ein halbes Herz Ne hab nix mehr sorry Und Pferde töte ich nicht Using Magic Haha Der Bitch hat dich umgebracht Magic Scheiße wo ist hier alles Slash TP warte wie rum muss ich das eingeben ich hasse es Du musst erst deinen Namen machen und danach meinen Nein Wenn du dich zu mir deporten willst Okay Okay Haha You do not have permission Hahaha Was? Ich hab kein permission Äh Dingens gib mal ein Slash op ein Und dann op mich machen Ich hab dazu funktioniert Ach jo tatsächlich So Oh hi Oh hi Ich geh mal kurz mal nen Scheiß wiederholen Na 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 Äh Nein 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 Okay Ich bin ein Mann ich kämpfe mit dem Creeper Und da sind wir wieder Da ist mein ganzer Scheiß Wasser drin Oh hier ist Altern Ne unter Wasser Äh unter Unter der Erde Hinter den Wolken Ne äh Lass doch mal Bei der Ahnung Irgendwie Wasser Unter dem richtigen Boden Oh ich hab schon Stein Also Stein will ich sagen Ich hab schon Stein Oh Skill ich habe Stein Ich auch Guck nach draußen Lauf ein bisschen aufm Asphalt rum Dann Was für ein Asphalt Ja Asphalt hast du da draußen vor der Tür nehmlich mal an oder? Machst du das mal ein Slash Ja 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 Woa Woa Ich ging ein Creepy Woa das ist so ein creepy garter Kampf Oh ich lava so viel Müll Er hat sich auch nicht geändert Aua ich hab ein Pfeil in den Arsch bekommen Hahaha Oh nice Ich hab Lava und so Warum ist die Lava? Ja so nice finde ich das gar nicht ne Hab du mal einen Pfeil im Arsch Warum ist hier Lava und warum ist hier Wasser und warum ist hier alles? Hara am Arsch Hilfe Hier ist Lava Ah schon wieder Pfeil im Arsch Bin überhaupt nicht grad in der Höhle drin oder so Und hab hier Lava und so Und alles Ja du Leute auf jeden Fall bei mir vorbeigucken ne Bei mir ist die wahre Action Nehm zwar nicht auf aber YOLO Ja guck auf jeden Fall nicht mal bei dem Typen da vorbei Der kann nix und so Nein Spaß Ah ich kann alles Joga ich kann alles Ja Boah alter wie viele Equipers schon explodiert sind Warum hör ich den Schaf Unter unter der Erde irgendwo Und ein Schwein Und noch ein Schaf Mein Schwert ist gleich kaputt Yeah Woll grad sagen lass mal nächste Folge in die Höhle gehen Ich bin schon in der Höhle drin Ich weiß aber in ne große Höhle Das Problem ist wir haben nur nix zu fressen Und darum findest du auch nix zu fressen Dreck 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 So musst du nicht über dich reden Ich hab gedacht hier geht's raus Kacke Das ist die Helligkeit auf Maximum Von vorne nochmal Difficulty Easy Oder sonst irgendwas Das ist der Latte Äh Was ist das Video-Settings Brightness of Bright Okay Oh Brightness of Bright I'm Bright like a diamond Das war's Das war's Das war's halt wirklich Corporate technisch geschützt Äh Boah nicht wenn ich das so sage Dann ist das nicht Wie weit geschützt Du weißt genau was Was schon passiert ist Achja da war schonmal was Ja ja genau Ja mein Gott dann steht der Irgendwann von Drittanbietern Aber nicht dass die Folge Direkt gelöscht wird Ja ja ich weiß Hatte ich aber auch schon Also ich hab jetzt auch schon Öfter mal gehabt von Drittanbietern Blablabla Aber da passiert ja nix Hier ist ein Loch in Borden Oh hier ist ein Zombie in Borden Ah ne nicht im Boden Aber trotzdem Ich hab kein Schwert mehr Yeeey Jawoll wir werden alle sterben Nein ich bin kein Schwarzseher Schwarzseher Das heißt irgendwie anders oder? Mir fällt es aber auch nicht richtig ein Schwarzseher habe ich gesagt Sehr das ist noch besser Ach ich bin kein Pessimus Hehehe Wir werden alle sterben Ja Meine Framerate ist gerade nur noch auf 20 Jetzt wird auf 30 Frames Alter hat sie mich getroffen Ich werfe Eier Ich nicht Soll ich den Tick machen? Nein Oh man Oh ich hab mir erst mal fressen gemacht Hat sie fressen Ich will auch fressen Nein geh weg mein Essen Ich habe einen Bogen Ich werde ihn nutzen Ohne Pfeiler Yeeey Ich habe voll Leben Gebäudeeuern Ich muss sagen Hier geht langsam der Regen auf den Piss Gerade schmeiß mal hier rein Guck mal hier rein Okay, ich war's Ach du hast schon Eisen gefunden Geil, kann ich mir ein Eisenschwert machen Du kriegst nicht davon Oh mein Gott, guck mal hier, er spioniert uns ein Zombie. Guck hier runter. Hat der Essen? Luftattacke! Hat der Essen und ich will essen. Nein, hat der nicht. Oh. Ja, ich hab 10 verrottetes Fleisch. Ja, gib mal irgendwas. War klar ey. Bist eh nix besseres gewohnt. Hörf mal hoch. Oh. Headshot! Haha. Haha. Ja, haha, okay. Äh, lass... Hallo Creeper! Lass mal irgendwelche... Oh, hi Tommy. Lass mal irgendwelche Ressourcen sammeln oder sowas. Mach ich grade. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Etwas... Etwas Metagamiger als Cooler. Kohle, Kohle, Schwuppido. Kohle, Kohle, Schwuppido. Copyright technisch geschützt. Haha. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wirklich. Nein, okay. Nein, nein, nein. Nee, auf keinen Fall. Ja, hätte es verschiedenen Steinen gibt, ey. Äh, den ganz... Diorit. Was hat das denn für den Scheiß? Das ist ein neues Material. Also ein neuer Stein quasi. Äh... Warte, wo... Wo können wir uns in den Boden reinbuddeln? Einfach von hier aus auch direkt in die... Ich habe einen Faden und ich werde ihn benutzen. Faden! Ich habe den Faden verloren. Ich hab den Boden mal weggebracht, oder? Ja. Oh, scheiße. Warum werf ich die Fäden weg? Ich behalte mal lieber die Eier, bevor du dich dazu entschließt, die spontan wegzuschmeißen. Hehehehe. Ach, witzig, ey. Äh, Dingens, wie heißt das? Einfach hier geradeaus runter, oder so, oder? Es ist sinnlos, wenn wir auf dem Berg sind. Das sollen wir da unten machen. Wäre erstmal eine Ewigkeit, um überhaupt den Boden zu erreichen. Ja, von wo willst du denn dann? Von hier unten aus, irgendwo, oder wat? Yes, Sir. Weil der wird doch irgendwo so ein Stein hier. Von hier, oder? Sag ich jetzt einfach. Fangen wir mal hier an. Ja, genau da. Ähm, ich suche Futter, okay? Okay. Der fehlt auch nicht so schlecht. Naja, Eisen ist fertig, ne? Du könntest jetzt natürlich was daraus machen, aber du kannst es dir auch lassen. Vielleicht lass es erstmal. Ich habe einen Pfeil gefunden. Ich hatte schon drei, und ich habe alle weggeschossen, also weggeschossen, so. Oh, ich hoffe, du hast wenigstens irgendwas damit getötet. Ja, ein Creeper. Dann bin ich zufrieden. Solange es um Tod geht. Mir fällt gerade so spontan auf, ich habe keine Fackeln. Ich habe nur ein Stück. Man sieht dann bestimmt sehr, sehr viel. Hinter den Wolken. Also scheiße finde. Weißt du, wahrscheinlich steht am Ende so bei dem Video, weil dieses Video wurde gesperrt. Weil das Inhalt von fünf Anbietern war inhaltet. Weil ich mich frage, ähm, was wollte ich mich jetzt fragen? Scheiße, habe ich schon wieder vergessen. Du wolltest dich bestimmt vieles fragen. Ja. Ach ja genau, ich wollte noch was machen. Äh, das und, äh. Noch ein neuer Stein. Granit. Tschacke. Ich glaube es war so rum. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, es war so rum. Okay. Ich frage nicht, was ich gerade getan habe. Du wirst es gleich. Was hast du gerade getan? Du wirst es gleich hören. Aha. Äh, hören. Oh Gott, ich habe Angst. Tu die Sexpuppe weg. Ach, was ich schade finde, dass man einen Kompass nicht anpassen kann. Dass du woanders gezeigt oder was? Ja, genau. Weil der zeigt ja nur zum Spawn. Und nicht da, wo du schläfst oder sonst was. Ey, ich habe einen Pilz gefunden. Pilz. Okay. Wir werden... Wir werden... Wir werden... Ich werde jetzt den, äh... Scheiße, warum habe ich mir aus diesem blöden Kackeisen? Scheiße, ich muss aber zurückrennen. Ich muss mir aus dem Eisen erstmal ne Schere machen. Lalalala. Boah, hast du schon mal Minecraft Survival Games gespielt? Was ist das? Was, 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 was ist das? Okay, also nicht. Kennst du die Hunger Games? Ach, das meinst du? Nein, habe ich noch nicht. Noch nie tatsächlich. Ja, ich spiele das jetzt mittlerweile so ein paar Mal. Mhm. Weil ich da vorab, keine Ahnung, guckt eh keiner von meinem Channel zu. Ähm, aber... Guck auf dein Channel! Ich bin da hübsch, die auf einmal zu machen. Guck auf dein Channel! Guck auf dein Channel! Geht jetzt drauf! Abonniert jetzt! Abonnieren! Favorisieren! Daumen hoch! Ja, genau. Ähm... Naja, aber ich bin da echt schlecht drin. Ja, das ist glaube ich... Das ist nicht einfach, oder? Ne, ist echt nicht einfach. Vor allem, wenn der gegen welche Spüße sie damit schon extrem gut auskennen, ey. Deswegen da... Das erste, was du da lernst, ist erstmal die ganze Zeit zu springen beim Rennen. Weil du so einfach schneller unterwegs bist. Falls du Gunpowder suchst, ich habe ein bisschen, ne, und so... Ich habe den Fortschritt der Mine etwas beschleunigt, aha. Hä? 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 So. Ich habe dabei bei uns Eisen gefunden. Oh. Ich muss die Scheiß... Stein... zack, vielleicht jetzt mal loswerden. Auch scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Und nun ganz klein. Wie vielchen von der Focke kann das sein? Zwei Stück sogar. Was? Eines. Auch das. Ich habe nur Eines verstanden, aber egal. Ich habe noch etwas.